yo servus liebe leute und herzlich willkommen wieder so wieder eingeschaltet habe zu einer weiteren schnellen und super leichten platin mit dem neuen spiel von mobile legends das ganze könnt ihr kaufen für 7,99 gibt es für ps4 und ps5 kein crossbuy sechsmal platin möglich wenn euch das ganze noch im japan und us-door kauft wir hauen das spiel hier direkt an erstes level ist ein bisschen random von der zeit her es kann in fünf minuten vorbei sein es kann auch in zehn bis 15 minuten vorbei sein das prinzip spielprinzip kennt er ja hier immer schön mit dem schwert den ball abwehren ganz klar und wir müssen natürlich seine mannschaft hier eliminieren zwischendurch kommt hier ein boss wenn wir den treffen bekommen wir ein collectible mit diesem collectible müssen wir gegner töten so wie gesagt also es ist halt hier random jetzt hat er natürlich direkt das erste collectible erwischt und ja wie gesagt wenn er pech habt müsst ihr halt zwei runden spielen da es gut möglich sein kann dass ihr nicht alle collectibles jetzt hier erwischt in der ersten runde das ist halt wie gesagt das ist random jetzt haben wir hier das erste eingesammelt benutzen das ganze und ihr müsst natürlich schauen dass ihr damit auch gegner tötet also er hatte jetzt zum beispiel das collectible mit diesen extender haben ist da könnt ihr dann wiederholt r1 drücken sollte dann eigentlich kein problem sein jemanden zu treffen jetzt hat er natürlich wieder das glück gehabt und hat hier ein weiteres collectible erreicht wir haben auch die möglichkeit ein collectible einzusammeln das es uns ermöglicht wieder spiele zu bekommen so jetzt haben wir hier die axt ja wiederholt r1 drücken haben wir dann dementsprechend auch die trophy dafür also ihr seht zack und dann hoffen wir natürlich jetzt auf weitere collectibles so jetzt hat er wieder natürlich das glück und hat eins bekommen hat es aber glaube ich nicht erwischt kann es nicht einsetzen und natürlich müsste die runde gewinnen das gibt natürlich auch eine weitere trophy jetzt hat er wieder das glück bekommt die äxte hier so und jetzt ist hier natürlich mein schwert erstmal gedamaged ich kann mich nicht mehr bewegen weil ich versucht habe hier meine meine leute zu schützen ja es werden immer weniger tatsächlich so jetzt haben wir hier das schild wir lassen einmal den ball bitte dann an das schild ankommen also an diese diese kette hier also er ist definitiv hier gerade aktuell am längeren hebel definitiv sonst hat er natürlich das schild also wie gesagt das spiel ist definitiv random was die collectibles angeht kann man natürlich nicht beeinflussen das ist ganz klar ähm ja müsste halt ein bisschen glück haben wenn dann wie gesagt wenn er glück habt und ihr bekommt in der ersten runde alle collectibles setzt die dann dementsprechend auch richtig ein ähm seid ihr hier recht schnell durch ja so wir bekommen jetzt leider wieder dasselbe hier ne hatten wir schon jetzt haben wir hier wieder schild hatten wir leider auch schon wir hatten noch nicht den toten kopf wir hatten glaube ich auch noch nicht den blitz jetzt ist hat er wieder das glück da er kriegt den blitz verdammte scheiße ja was willst du da machen was willst du da machen so wir haben den blitz war ich sammeln schnell ein das war zumindest mal die trophy dafür haben so er hat eigentlich nur noch einen mitstreiter das war jetzt nicht so gut wir haben das ding gewonnen wenn wir betteln wir haben 72 prozent aber ihr seht 72 prozent nach vier minuten das kann auch mal acht minuten dauern tatsächlich wir machen direkt wie start in der hoffnung dass wir jetzt auch die restlichen collectibles bekommen und einsetzen können das haben wir uns wirklich noch welche gefehlt wie gesagt so kann es natürlich dann dementsprechend auch gehen also ich sag mal da so zehn minuten solltet ihr auf jeden fall solltet ihr einplanen so da ist es sollte die auf jeden fall einplan so ich glaube das hatten wir auch noch nicht ich bin jetzt sicher so genau da hier der morgenstern ja der hat uns noch gefehlt auf jeden fall so wir haben nicht wir haben sein schwer zerstört ist sehr gut haben was ihm ordentlich besorgt jetzt in der runde ich weiß auch nicht ob wir das collectible schon hatten wo wir wieder neue kämpfer bekommen ich bekomme halt leider immer nur die ganze zeit dass selbe collectible gefühlt so so wieder der morgenstern oder da jawohl da ist es ja da haben wir jetzt wieder ein mitstreiter dazu bekommen dass auch ein collectible mal sehen ob wir es jetzt haben leider immer noch nicht eins fehlt tatsächlich noch ja der blitz der blitz genau der blitz ist es der meiner meinung nach sehr selten kommt immer das haben wir schon wieder gewonnen jetzt aber schon wieder nach runter haben schon sechs minuten gespielt als fehlt tatsächlich noch ein collectible es fehlt der blitz ich gehe einfach mal in level 2 rein also ihr seht jetzt haben wir zwei runden gespielt ja und leider immer noch nicht alles eingesetzt so kann es dann gehen er hatte jetzt eben unser unser gegenspieler hatte natürlich das glück und hatte den blitz schon bekommen wir leider nicht das ist halt was ich am anfang meine es kann kann gut es kann schnell gehen es kann langsam gehen es ist halt so bei dem bin ich auch nicht sicher ob wir den schon hatten den hatten wir tatsächlich auch noch nicht schau an da waren es tatsächlich sogar zwei collectibles oh da ist auch wir haben die platin leute wir haben die platin okay dann hatten wir wohl doch den blitz und ich habe es gar nicht mitbekommen dann war es jetzt doch hier das letzte ja das mit dem mit dem toten kopf und dem feuer war das letzte collectible was uns gefehlt hat ja seht ihr wenn man da mit dem schwert da versucht die die kugel abzuhalten bekommt man vielleicht das eine oder andere gar nicht mit also den blitz hatten wir bekommen ich habe es nicht mitbekommen dennoch war es nur ein collectible was uns gefehlt hat also ihr habt gesehen ich musste jetzt zwei komplette runden spielen und eine runde nochmal starten bis ich alle collectibles zusammen habe und ja hat das ganze hat jetzt etwas sieben minuten gedauert das ist in einem guten rahmen es kann aber wie gesagt auch länger dauern ja ansonsten hoffe ich dass der guide euch gefallen hat das video euch gefallen hat und wünsche euch viel spaß beim platinieren wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da abonniert den kanal falls noch nicht geschehen und dann hoffe ich dass wir uns im nächsten video wiedersehen bis dahin macht's gut und servus